Man hört es ja, wie es rüber weg geht beim Raufbahn. Es knallt davor. Ja, wir springen noch rüber. Und davon platzt alles ab. Ich habe es freundlich gesagt, dass wir es nicht möchten. Ja, und wir haben hier... Ich höre doch, wie er hier davor knallt. Ja, man hört doch, wenn eine Frau mit Stiefeln... Es ist alles abgeplatzt rundum. Ja, dann setzen wir uns einfach mal hin. Bis zum nächsten Mal.